Nach der Aktion wurde ich von außen richtig angemeckert, aber was sagst du dazu? Okay, war Ball gespielt, Jungs! Eckball, genau, Jungs, einmal abklatschen, einmal abklatschen, einmal abklatschen. Aber ich muss schon sagen, es ist jedes Mal echt geil, so angemeckert zu werden, dann selber zu wissen, dass man alles richtig gemacht hat.